hallo und herzlich willkommen zu einem neuen bus simulator 18 wie du freut mich dass du wieder eingeschaltet hast und heute kümmern wir uns um die letzte strecke damit müssen wir zu tun setzte fahrer ein um einnahmen auf eine strecke zu generieren die folgende halte stellen beinhaltet alte segelwerk und westfield die wanderschiefe straße st polus in rathaus rathausgasse whisper way alte whisper way alte bauerei pferdemühlen gasse seilerstraße riesengasse kreuzstraße exakt 11 stelle ich mich aber bei 12 bei 17 egal war die schrecke das ganze meiner maximalen schreckenseite von 27 und 30 erreiche eine vier sterne wertung und fahre im rundfahrtmodus beim ersten versuch sogar dann machen wir doch mal noch eine 36 raus und dann fahren wir die ganze strecke war noch ein engelkiss die ganze strecke fahren wir damit immer in 37 würde ich sagen wir sollten das ganze bei nacht fahren und als rundfahrt und ja wir müssen dafür schnell eine wertung bekommen ja 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 das wird ein langes 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 ding das sage ich euch das wäre noch nie so und entsperren wir mal eben die türen hier das ja immer enden da geht es ja vorne auch da war ja was ich jedes mal wieder beim zurücklaufen hängen bleiben das ist super ich habe man schon mal den gang ein macht sich für uns auf die fahrgäste an verscheidung lösen hier schicken wir mal fix was einzutrinken und dann kann es losgehen dann fahren wir fix zur wanderstiefelstraße er ist 27 und soll das ganze dauern und dann noch in der rundenfahrt dann sind wir garantiert bei einer stunde oder so wenn wir hier durch sind belastet hier wieder alles wir brauchen punkte fürs blinken wir brauchen nur vier sterne bewertung eine fahrkarte bitte ein standard tages ticket danke ich brauche eine fahrkarte einzelstandard drucken danke augenblick oh nein ich habe sie verloren jedes mal wieder dasselbe müsst dass ich hier zu viel geld rausgebe weil ich zu schnell bin nächster halt kreuzgasse wir sind jetzt schon zur kreuzgasse wunderbar 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 wenn ich jetzt vernünftig fahre und welche vier stelle ich für die fahrt nur vier stelle bewertung bekomme dann war es das zumindest die letzte gezielte nachtfahrt nachher jetzt wieder zufällig weiter busfahren macht echt total spaß ist das wieder belastend nächster halt kreuzgasse wieder fast am dings vorbei am schlagloch hier rase ich mal jetzt nicht so wir haben noch drei minuten bis bei der kreuzgasse sein sollen da werden wir bei der kreuzgasse wahrscheinlich wieder sehr lange warten dürfen bis es dann weiter geht weil wir einfach so pünktlich sind ah gut ist halt wie es ist da warten wir ein bisschen ist ja auch nicht verkehrt können bei leute zu steigen verdienen wir ein bisschen mehr geld wobei wir das geld eigentlich nicht brauchen wir sind ja bei 28 millionen ich fühle mich als hätten wir gestern dem alten sägewerk durchgefeiert ich bin heute müde tschüss tschüss eine fahrkarte bitte oh ne momento wo geht es denn ganz hin na klar hier bitte da wir jetzt vielleicht noch so lange warten müssen bis es weiter geht können wir gleich noch mal kurz gemeinsam gucken welche haltestelle denn bis jetzt noch nicht auf dings ist der flüsterentwickler muss noch gelevelt werden kreuzgasse nicht hier drin sowieso nix alte baureihe ist dank polos indes auch also wir müssen eigentlich gerade nur noch den flüsterweg auf stufe 5 auf stufe level 6 bringen und halt die anderen die noch jetzt nicht gerade dabei sind dann geht die fahrt weiter zum flüsterweg 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 man hat schon wieder schön dieses aufgrund der rundfahrwehr dieses tolle spagetti hier auf der auf dem navi bei der routenführung war es ja nicht anders zu erwarten wenn man so möchte wieder so viel verkehr hier nächster halt flüsterweg wohnen wohnen Dein Senioren-Tagesticket kommt sofort. Danke. Bitteschön. Und dann können wir auch direkt weiter zum Rathaus. Nächster Halt. Rathaus. Ich freue mich schon wieder drauf, wenn es aufhört zu lecken. Dann gibt es bestimmt wieder panisches Bremsen, weil es dann plötzlich wieder leckfrei ist. Aber bis dato kann man halt auch mit den Lacks wieder arbeiten, in Anführungszeichen. Man kann sich auf das Lacken einstellen. Auf das Ruckeln, wie auch immer man es bezeichnen mag. Oh Gott, was, 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 warum? Warum jumpt man das jetzt wieder? Oh nein, ich bin eingeschlafen. Festplatte gar nicht belastet, aber... KI am Jumpen, als wäre es auf dem Trampolin. Obwohl die Ampel bekomme, ich bezweifle es. Dank der Person, die noch wieder gegangen ist. Ist ja schon Wochenende, so gesehen, ne? Äh, woher sind wir jetzt beim Rathaus? Ich hoffe, ich kann unterwegs sein, ein bisschen schlafen. Ob das ja schon mal wieder sehr schön ist. Nächster Halt. Rathaus. Wunderbar. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier... Na klar. Hier, bitte. Ein Schlauchenticket. Danke. Und dann warten wir mal wieder. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Dann geht die wilde Fahrt weiter, kurz rüber zur Rathausgasse, die komplett überlastet ist. Aber um die Überlastung kümmern wir uns dann ja im Laufe der Zeit. Danach noch. Willst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein. Tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Das ist nicht hier, ne? Das ist... Das ist hier. Nächster Halt. Nächster Halt. Rathausgasse. Nächster Halt. Rathausgasse. Mal schauen. Also eventuell mache ich das auch so, dass ich noch alle Bushaherstellen level und dann halt die RS komplett auf Effizienz ballere. Die ganzen Linien. Also das ist belastend. Wir müssen dann mal kurz durchgehen, weil ich gar nicht hoffe, dass wir jetzt reingestiegen sind. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Wo hab ich denn... Ah, hier. Dann wollen wir mal weiter. Zur Pferdemühlengasse. Und danach wird's, glaube ich, wieder wild. Danach wird's... Wild. Der geht jetzt richtig in die Innenstadt rein. Müssen wir höllisch... Muss ich wieder höllisch aufpassen, weil es wieder enger wird. Wir müssen ja die vier Sterne bekommen. Mindestens. Oh. Sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Danach gibt's wieder ein bisschen Tetris, äh... Im Bezug... Oh Gott, im Bezug... Oh je 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 je. Im Bezug auf die... Nächster Halt. Pferdemühlengasse. Fahrer und Busse, die wir dort einstellen. Wird keiner rein, wird keiner raus. Alles klar. Dann geht's jetzt rüber zur Brau... Äh, zur alten Brauerei. Und hoffen, dass wir's noch schaffen mit der Ampel. Wunderbar, das passt noch. Dann machen wir mal hier schöne Drehung. Tja, ich war mal Banker. Aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Ich habe das Spiel, wie auch immer jetzt, wie immer geplant, gehabt, immer nochmal neu gestartet. Aber... Nächster Halt. All dem Hauerei. Seit, äh... dem 92. Video. Eine Fahrkarte, bitte. Zieh dir den ganzen Abfahrt an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Dann haben wir die eine Dame. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Und der Götz. Danke. Bein dazu für Geld, die da weggegeben... Äh, mitgenommen. Augenblick. Ähm... Da. Hier, bitte. Ah, dann können wir ja auch fast direkt weiter hier. Nächster Halt. Seilerstrahl. Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Die Innenstadt macht einem manchmal echt fettig. Und das nicht, was den Verkehr betrifft. Und nicht nur, was den Verkehr betrifft. So, die nächste wieder links. So, Seiderstraße. So, Seiderstraße. Oh, und jetzt läuft das wieder. Super. Dann sind wir jetzt auf der Seiderstraße. Mehr ist heute nicht nach Arbeiten. Nächster Halt, Seiderstraße. Sehr pünktlich, danke. Wollen jetzt hier alle aussteigen hier? Wiedersehen. Das macht es auch wieder einfacher. Ich brauche eine Fahrkarte. Ein Senioren-Tagesticket. Danke. Schönen. Augenblick. Hier ist die Fahrkarte. Den Müll nehmen wir wie immer später mit. Dann fahren wir jetzt eben rüber zum St. Polos Inn. Hauptsache am Text stand nicht Polos, sondern Polos, aber auch okay. Nächster Halt, St. Polos Inn. Absolut pünktlich. Danke sehr. Gern geschehen. Jetzt steigen wir alle aus. Tschüss. Tschüss. Eine Fahrkarte, bitte. Ein Tages-Ticket. Danke. Bitteschön. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Und dann geht es jetzt direkt weiter zur Riesengasse. Goliath. Mein Fehler. Ich hatte diesen Burrito nicht essen sollen. Das war ja was. Auf Burrito hätte ich jetzt auch Bock. Ich bin hier mit einer Baustelle. Das will ich ja schon mal eben sagen, ich glaube nicht, ne? Hey, ich habe lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Klingt gut. Nächster Halt. Goliath Gatte. Ich habe das Gefühl, es gab so viele Parks und so weiter. Aber parkähnliche Landschaften, die wir noch gar nicht gesehen hatten. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja. Hier. Bitte. Na, wo habe ich die... Ah, hier. Bitte. Ein Tal, ein Sticket. Danke. Bitteschön. Und dann geht es jetzt auch direkt weiter zum alten Sägewerk. Wenn wir erst mal eine ordentliche Drehung gemacht haben. Jetzt verweist man ja, wir waren im Rathaus vorbei. Bist du bei der Kathedrale, das ist es ja. Really? Wieder mal der Schlaggut nicht gesehen. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Ah, diese Schlaggut, die man nicht erkennt hier auf dem, äh, Schotter, äh, Schotter, ach, Schotter, sag ich schon, auf dem Kopfschlernpflaster. Also ich, ich erkenne die denn nicht. Also ich habe den jetzt auch nicht gesehen. Ich habe auch eher, nicht auf dem Boden guckt, sondern eher geradeaus. Quasi zentriert, so in die Mitte des Monitors. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht gesehen, weil ich eher darauf fokussiert war. Boah, das ist jetzt aber eine schöne, super schön, eine Ampelfase hier. Schön grüne Welle. Ah, Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Na ja, dann gibt es eben Pizza. Bei den grünen Wellen. Noch sind wir im Bereich drin. Jetzt sehen wir, ich schlafe mich auch wieder ein bisschen besser. Nächster Halt, altes Sägewerk. Das nenne ich die perfekte Partposition. Eine Fahrkarte, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mount Z. Oh, nein. Ich dachte gerade kurz, dass ich wieder die Tür gesperrt habe. Danke. Aber den war nicht so. Den wollen wir mal weiter wieder zurück in die Innenstadt. Zur Goliath-Gasse. Nächster Halt, Goliath-Gasse. Werden wir uns noch mal ein paar mehr Pluspunkte, wo wir so einige Minuspunkte hier eingeheimst haben. Wie gesagt, wir werden einfach gleich, wenn wir die Fahrt hier beendet haben, gemeinsam nochmal schauen, welche Bushaltestellen noch nicht auf dem Maximum sind, so gesehen. Welche wir noch nicht auf dem Maximum sind, welche wir allgemein noch leveln müssen, welche wir allgemein noch fahren müssen. Ne, also nochmal, nochmal voran. Wir fangen, wenn wir die Tours beendet haben. Dann packen wir erst neu wieder Busse auf die Strecke, die wir jetzt gerade gefahren sind. Und danach schauen wir gemeinsam, welche Bushaltestelle noch nicht auf level 6 ist. Und schauen auch allgemein, welche wir dann dementsprechend im nächsten Bushalt-18-Video dann am Freitag, am nächsten Freitag befahren müssen. Und dann schauen wir nochmal nach, welche Bushaltestelle allgemein noch nicht auf ihrem Maximum sind. Die würde ich dann am liebsten halt dann auch quasi das Level so gesehen farmen, indem wir dann halt im Nachhinein, nachdem wir die Mission abgeschlossen haben, das Ganze mit Rundfahrten aufs Maximum bringen. Und wenn wir dann alle Bushaltestellen auf dem Maximum haben und dann mit optimiertem Fahrer belastend, dann ist das so gesehen dann das letzte Video, wenn wir das durchhaben. Das ist so das Main-Goal, um quasi Bushaltestelle 18 jetzt nochmal abzuschließen. Vernünftig abzuschließen so gesehen. Das ist dann auf jeder Strecke, die wir dann haben, dass die halt so effizient ist, dass kein I dort rumgeistert und so weiter und so fort. Warum sind wir nicht einfach gerade ausgefahren? Warum sind wir aber rechts abgebogen? War das ein Fail von mir? So, jetzt hier weiter geradeaus. Eure YOLO weiter. Hä? Hä? Ja gut, und fahren wir halt da nicht hin. Das ist mir jetzt auch egal. Muss ich halt diese Tour nochmal fahren. Ach, belastend. Ich denke mal, das hat uns wahrscheinlich... ...das Geste kostet. Nächster Halt. St. Paulus in. Oder? Ja, noch sehr eng, aber ich glaube, wir haben jetzt hier eine... Okay. Die Schlagglöcke, die haben wir uns halt echt einordentlich reingesemmelt. Dann geht's eben fix zur Seilerstraße und hoffen, dass die einfach noch grün bleibt. Natürlich nicht. Nächster Halt. Nächster Halt. Seilerstraße. Nächster Halt. Seilerstraße. Was mich sehr wundert. Hier ist die Fahrkarte. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Und ab zur alten Brauerei. Nächster Halt. Alte Brauerei. Oh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. So, dann haben wir hier eine schöne Runde. Dann bewegen wir gleich wieder rechts ab. Oh, knapp, 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 knapp. Das ist hier wieder nicht zu schnell rüber. Ein Minutes haben wir sogar noch bis zur alten Brauerei. Von daher, kommst du erstmal hier hinten her. Schleichen vom Prinzip her wäre kein Problem. Äh, hier noch einen weiter und dann nach links abbiegen. Wir haben mal gesprochen, wie das mit dem Navi-System und mit der Karte geändert wird. Dann, wo es im neuen Teil dann halt wirklich Open World ist, so gesehen. Und Free World Open World. Dann geht es weiter zur Pferdemühlengasse. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Okay, wenn wir eigentlich dran konnten, dann müssen wir hier weiter. Dann hier geht es dann mit den Abgebogen. Ja, ich bremse, aber ich kann hier nicht bremsen, wenn es so leckt. I'm sorry. Ist ja, wie es ist. Da muss man ja 10 Kilometer vorher schon anfangen zu bremsen, damit man zum Stehen kommt. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Jetzt habe ich auch wieder drei Meter verkehrt gehalten. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Wo habe ich denn... Ah, hier bitte. Da hängt es aber fix zur Rathausgasse. Bei unserer schönen Verspätung hier. Nächster Halt, Rathausgasse. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind wir noch weiter am Längen. Rathausgasse ist der nächste Stop. Dann wieder schöne Drehung und dann... Keine Ahnung, fahren wir schnell wieder den selben Weg zurück. Ich weiß halt gar nicht mehr. Ja stimmt, wir fahren ja wieder da hinten hin. Genau, ja, das passt. Das passt ja wiederum. Wenn wir noch um den Stock geht zu fahren, da war ja was. Wir fahren ja wieder bis nach Westfield hoch. Nächster Halt, Rathausgasse. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Ich würde gerne aussteigen. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Wiedersehen. Bis dann. Ich brauche einige Parkarten, bitte. Na klar. Einige. Zwei Tage Stickets kommen sofort. Danke. Schön. Ich brauche eine Fahrkarte. Ein Seniorenticket. Und dann geht es ab zum Rathaus. Ich bin hundemüde. Ah. Ich glaube, er hat was mit der Rampe. Nächster Halt. Rathaus. Hey. Lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Boah, es war genial. Ich bin echt gespannt mit dem neuen Schein. Also mussten ja im Prinzip auch über, ja, irgendwie sowas in der Art wie Reputation gehen oder sowas in der Art. Wenn es halt Busse gibt, die keine Möglichkeit haben für Rollstühle und so weiter. Wenn man dann keine Rollstühle hat, dann muss es halt irgendwie eine gewisse Art von Reputation geben. Quasi Firmenreputation. Es wäre jetzt nur so mein Guess, was das Ganze betrifft. so eine art firmenbewertung gibt oder sowas naht wir werden sehen werden sehen wenn ein bus in warte 1 war nicht draußen ist oder wenn es mehr gewisse infos dazu gibt und dann fahren wir mal weiter zum flüsterweg das sieht gut aus naja wir haben sie bekommen es sieht gut aus ich würde vergessen wie das mal anfing es ist eine ordentliche zeit bis wir beim flüsterweg sein sollen es dann noch ein bisschen weg dahin bei end shores wenn das halt so ein von der san francisco bay area wird es dann dort keinen schnee und so geben bei dem europäischen setting könnte es prinzipiell möglich sein sag ich jetzt mal so nach dem motto aber wird es dann wahrscheinlich auch nicht geben weil es halt einmal das was halt das andere zeit ja auch gibt es sei denn das ist so dass es nicht eingestellt wurde quasi dass es einstellbar ist dass es wärmer in dem setting kein schnee gibt weil der prozent hat es halt einfach nur bei 0,01 prozent oder so liegt vor allem ist das das sind ja gerade die blätter in dicks oder sah es nur so aus das muss ich noch mal beim schreiben mal angucken so ab zum flüsterweg und dann geht es auch wieder hoch zu nach westfield plötzlich wieder in verkehrter richtung nach westfield und dann zu steiner kirche und dann zurück zum depot oh gott oh gott oh gott das sind ja wieder fahrten hier dann müssen wir auch wieder zurück zum depot fahren einfach aus dem grund damit wir dann noch ein paar mehr in einen pluspunkt mehr noch mitnehmen wir haben hier schon keine punkte bekommen fürs blinken dann können wir auch gleich weiter zur grollstraße da geht es auch noch mal hin da ja was glaube ich gar nicht mal auf dem schirm gehabt ich habe meinen mann endlich überredet winter der leidenschaft zu jetzt ist er ein größerer brenn als ich wieder rein der punkt wird das blicken bekommen wir lassen hier so viele punkte liegen weil das einfach nicht bekommen also so belastend dabei sind die punkte halt so wichtig um die vier stelle zu bekommen vor allem da ich mit der einen fahrer passen halter stelle vier potenzielle punkte liegen lassen habe eine fahrkarte bitte ich habe vergessen die blumen zu gießen einzelticket ich brauche eine fahrkarte ein senioren ticket danke das schön kann ich bitte eine fahrkarte haben natürlich ein tagesticket bitteschön dann kann es für uns auch wieder weiter gehen das war jetzt wirklich nach westfield endspurt nächster halt westfield wanderstiefelstraße endstation bitte alle aussteigen woher ja und Oh, wirklich? Hä? Ich dachte, es wäre random, dass die Skala wiederhört. Manchmal frage ich mich echt, was alles passiert mit der KI, man sieht ja irgendwie neue Sachen, da ist mir das schon mal sicher. Man entdeckt immer wieder neue Sachen, die man zuvor nicht gesehen hat. So, das schallert ordentlich, das schallert ordentlich, ich will nur was sehen, ich will nur Schlagröcher erkennen. Ach, hier ist schon eine Endstation? Ist ja eine Rundfahrt, wir fahren dann wieder zum letzten Spot zurück, umso besser. Ups, hey, haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Äußerst belastend, ich glaube wir müssen diese Tour nochmal fahren. Das ist einfach mal so... mich... Ah, diese dämlichen Kack-Schlaglöcher hier, ey. Das wird nichts werden, das wird einfach nichts werden. Kann ich mich natürlich täuschen und so, ne? Aber ich sage, das wird nichts. Ich sage, das wird nichts. Ich habe nur, damit die Verpackung auch hier zugeht. So, Müll, 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 noch mehr Müll, ich glaube nicht, nope, und jetzt auch Zugang, wunderbar. Oh, wir sind bei 25. Neues Wrap, Neues Decay, Neues Decay, Neues Decay, Neues Decay, Neue Farben, Neue Farben, ja, Level 25 ist Maximum, aber scheinbar kann man das Level 25 auch nochmal maximieren. Das war es dann auch, wir haben alle auf Level 6, wunderbar, wir müssen noch hier die Asse raufpacken. Ass und ein Ass und ein Ass. Dann haben wir das jetzt auch. Hier sind noch einige, die noch nicht auf dem Maximum Level sind. Weiß nicht, ob ich alle noch befahren will. Ich habe immer mal auf kurz zu zählen, weil ich ja doch keine Asse mit drauf hatte. Aber ja, das wäre eine Idee, die man machen könnte. Beim nächsten Mal fahren wir einfach in eine weitere Strecke hier, die, weiß ich, vielleicht 24 oder was auch immer. Aber wir machen es wieder per Zufallsprinzip. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen euch in einem nächsten Bustensimulator 18 Video wieder. Bis zum nächsten Mal.